Wir sind eine vierköpfige Familie. Das ist unser Wochenbedarf an Vitaminen, Obst und Gemüse. Obwohl wir keine Vegetarier sind, wir essen weder vegan noch vegetarisch, braucht auch eine Därtung für Obst. Es besteht aus verschiedenen Sorten Gemüse zum Kochen, wie Paprika, Tomaten, Suppengemüse und verschiedenen Sachen für die Jause, zum Beispiel Gurken, Birnen, Äpfel, Beerenfrüchte und wir machen unseren Saft selber und trinken Zitronenlimonade aus Zitronen oder Limetten. Unsere Idee, der intelligente Einkaufswagen, bestehend aus einer Box mit zwei Händen, die leicht in jeden Einkaufswagen gestellt werden kann. Diese ist gefüllt mit normierten Unterbruchsen in verschiedenen Größen, wie zum Beispiel 2 Kilo, 1 Kilo, 125 Gramm. Dieser Bergmüll bleibt über von einer Familie Verpackungsmaterial für Obst und Gemüse für eine Woche. Deshalb die intelligente Einkaufswagen, genormte Schüsseln, wo gleich alles hineingepackt werden kann und so nach Hause transportiert werden kann. Der Vorteil, keine Verpackung, zu Hause kein Schlichten mehr, einfachster Transport und viel weniger Müll.